Die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Schauspielerin Reese Witherspoon, 46, hat eine beachtliche Karriere vorzuweisen. Auch in Sachen Familie kann sie sich glücklich schätzen. Mit ihrem jetzigen Ehemann Jim Tart hat sie ein Kind und mit ihrem Ex-Wein Philip, 47, dürfte die natürlich Blond-Darstellerin zwei Kinder auf der Welt willkommen heißen. Ihre Tochter Ava Philip, 22, war schon als Tenier ein Ebenbild ihrer Mutter. Und auf diesem neuen Bild sehen Ava und Reese wie Zwillinge aus. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 46-Jährige stolz zwei Bilder mit ihrer Tochter. Todo happy posieren Reese und Ava vor einem Sonnenuntergang und strahlen um die Wette. Zahlreiche Fans kommentierten mal wieder die Ähnlichkeit der beiden. Zwillinge, A, seid ihr Schwestern, oder sie sieht genauso aus wie ihre Mutter, lauten nur einige der zahlreichen Reaktionen. Auf dem zweiten Foto dürfen die Forwarder dann noch einen niedlichen Mutter-Tochter-Moment miterleben. Denn Ava kümmert sich um das Make-up ihrer Mama. Ich liebe es, Sonnenuntergänge mit meinem Mädchen zu erleben, besonders wenn sie mein Make-up auffrischt, schrieb Reese dazu. Ich liebe das Schmerzange mit meinem Überlegene Aussprache. «ểnd мечты »